bismillahirrahmanirrahim wir sind mit dem buch grammatik aktiv und mit der vierten lektion ich esse wenig aber du isst viel anna aakul qalilan aber anta taakul kathiran verben mit bukal vexel fahal mag tahrir elbukal alatihil a wali e mesan auly fahadi ttagayir aahnan fahona narra mesan anton taran ron liat il dmair walday na pitasri f alasn wa nschlafan yakul wo yana'm fahal a yusbih بعد ذلك في الدو والآزي أس إ والآ يصبح آ طبعا فقط في الدو والآزي أس الذي يعني سيحضر اليوم فقط استماعا يكتب لي أو يكتب في الشات في الدرجة أنه سيستمع فقط حتى أعرف فلدينا إش أس دو است ونتغير والإست يعني من حيث الصوت نفس اليكون فسنعرفوا من حيث المعنى وفي الكتابة أنه في أس أس دو است أزي أس است ويأسن يأست زي أسن الإش شلافة أنا أنا دو شليفست وليس شليفست شليفست كلوها ساكن أزي أس شليفت ويأس شلافن إر شلافت ويأس شلافن طبعا هنا يقول أزي أس وإست وإست يأكل ويأكل ويأكل Bei Verben ويأكل 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 أ containment وأن أحاول oder wenn Sie die Unterricht haben, wenn Sie die Unterricht haben oder nicht, Sie wissen. Emfehlen, ينصح. Er empfiehlte. Essen, er ist. Geben, er gibt. Fernsehen, er ist. Er sieht Fernsehen. Hier ist Fernsehen von der Fahel. Wir holen den letzten Satz und den letzten Satz. Wir holen ihn in den Amamen. Wir holen den Satz. Wir holen den Fernsehen. Er sieht Fernsehen. Er sieht am Abend um 10 Uhr Fernsehen. Helfen, er hilft, يساعد. Lesen, er liest, يقرأ. Mitnehmen, er nimmt. يعني يأخذ معه. Mitnehmen. Nehmen, بشكل عادي. يأخذ. يقرأ. يقول. يقول. يتجب. Vergessen, er vergisst, Jensa Werden er wird Tja, wann, minn, Yaref, ma' mann, Werden? Ma'an, Yusbeh Yusbeh, ma'an, uchra' Saufa Maza? Saufa Tja, bei Yusbeh, Saufa لكن له معنى آخر مثلاً أقول Das Paction oder das Packet wird gepackt Nuschett أو bonett بالضبط, مبنى للمجهول مبنى للمجهول, تمام فنعرف نميز بين المبنى للمجهول والمستقبل من حيث الفعل gepackt حطينا l-ge طيب, l-a و l-a umlaut up, fahren er fährt ab يعني, يبدأ في ähm في الإقلاع في الإقلاع ليس في الإقلاع يعني الإقلاع بالطائرة هنا abfahren بالسيارة مثلاً أو المترو أم فنعن يبدأ يبدأ فنكت بعد أن يبدأ أم منحف أم منحف أم منحف أ Kollege يعني إلزيس كذبح إلى نام أليس كذب فنحف يعني إلزيس كذبح Gefallen, es gefällt, laufen, er läuft, schlafen, er schläft, tragen, er trägt, waschen, er wäscht. Aie soweel ila hoona? Trayb, naantaheem al-sharrh wunna lbza in shawallah Bittadribat Anzor awlan fokkkt fiil shet, hela ahad kettir bhaaga, hela l-anam. Maaf. Aufgaba eins, wie heißt der infinitive, schraibern sie? Ma esma der infinitive, der mosque, oktober. Ja, genau. Der Infinitiv ist laufen, genau. Frau Handa, sie hilft. Infinitiv, helfen. Helfen, super. Frau Rukia, du nimmst. Nehmen, super. Mit H in der Mitte. Frau Unhut, erwascht. Waschen. Waschen, genau. Nummer 6, Frau Manar. Sehen. Du siehst. Sehen, super. Jetzt, Herr Ahmed, sind Sie bei uns? Er ist Herr Abdullah. Sprechen. Genau. Er spricht. Sprechen. Herr Ahmed, Sie vergisst. Hörst du vergessen. Vergessen, genau. Frau Handa, er empfiehlt. Empfehlen. Genau, empfehlen. Empfehlen. Frau Rukia, wir lesen. Lesen. Genau. Nummer 11, Frau Mahut, glaube ich. Er ist? Essen. Essen. Du fährst, Frau Manar? Fahren. Fahren, genau. Jetzt, Nummer 2, ergänzen Sie die Verben. Wir haben Verben, und wir müssen sie ergänzen. In der richtigen Form. Herr Abdullah, Elke, sagt. Ist. Ihr Abend immer zusammen. Genau. Den ganzen. Ist ihr abends immer zusammen. Halt. Dämen, wir essen zusammen, aber heute nicht. Wir essen zusammen, aber heute nicht. Wir essen zusammen, aber heute nicht. Aber nicht heute. Jetzt, Frau Handa, Dimitri. Dimitri ist mit Kunden und die Kunden ist. Okay, okay, okay. Was heißt Kunden? Kunden ist der Amil. Genau. Genau. Dimitri ist mit Kunden und die Kinder essen bei Freunden. Und du, Frau Rukia? Ist du abends mit Roland zusammen? Genau. Ist du abends mit Roland zusammen? Sie gibt es heute Abend? uin? Es ist eigentlich heute Abend. Rukia? Nie. Ist es heute Abend? Oder Abend? Oder Abend? Wie ist es heute Abend? Was bedeutet diegenden oder die späteren? Was ist das? Was ist das? Das ist gut. Ich habe nicht mehr als ich essen. Ich habe nicht mehr als ich essen. Und Roland und Roland, ich habe die Klatel. Ich habe nicht mehr als die Ecke. Ja, das stimmt. Ich habe nicht mehr als ich es essen. Ich habe nicht mehr als ich. Und Roland? Eist. Genau, Roland ist nur eine kleine. Super. Jetzt lesen. Elka. Frau Manar. Was lest ihr gerne? Genau. Lesen. Was lest ihr gerne? Okay. Iliana. Herr Abdullah. Ich lese. Ich lese gerne Romana. Und Petro. Herr Ahmed. Eist. Liest gar nicht. Genau. Was lest ihr gerne? Was lest ihr gerne? Was lest ihr gerne? Und Petro. Jetzt Petro. Frau Handa. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich lese auch. Das ist es so. Ich lese auch. Okay. Jetzt Frau. Roky, Anhut. Frau Anhut. Ja, wir sind dran. Was lest du denn? Was liest du denn? Nur Zeitungen oder Katalogen. Was lest du denn? Es ist nur Ligen. Die Zeitungen oder die Zeitungen. Wie sind die Zeitungen? Katalogen. Katalogen. Okay. Was lest du denn? Was lest du denn? Was lest du denn? Was lest du denn? Also, die Verb mit ICH und IRO und IRO. Und DOO? Mit DOO und IRO und IRO. Okay, nein. Okay, das stimmt. Okay. Okay. So, Eugenia, Tzedgai, Name in Uruguay, Name in Uruguay? Bitte, was nehmen Sie? Was heißt das? Genau, richtig. Claudia, Frau Mener, ich, Kulis Sotter. Ich nehme eigentlich mit Reis. Reis? Reis, Grian, und Bato Ruf, was nehmt ihr? Genau. Ich nehme Hähnchen mit Reis. Anah Akhtar, Al-Dajaj, Marrus, Ilyana, und Petro, mazatakudun, mazatakudun. Jetzt, Herr Abdullah, Abdullah, Ilyana? Herr Abdullah, ist weg. Herr Ahmed? Ja, wir nehmen auch ein Schnitzel. Wissen Sie, was Schnitzel ist? Äh, ist, äh, ein Steak. Scherachullah. Ja, könnte man sagen. Fleisch, auf jeden Fall Fleisch. Okay. Äh, 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 nein, du, du nehm, ein Schnitzel, aber ich, äh, 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 der Ma challuna. Jetzt Frau August, äh, ähm, Schlafen natürlich. En Schuldigang, ich hab ja eine Frage. wie lange schlafen Sie in der Nacht meistens? Tamam. Auf 140 Haddad, äh, isnt die um pro Montagena, wo man� Options frankrechte PI FuYi in Belgium und meistens? Klaudia, auf Rukia? wir schlafen meistens ungefähr 80 stunden das wort lesen ungefähr ungefähr ja ja du schläfst immer acht stunden ich schlafe nur sechs stunden du schläfst ja du schläfst immer acht stunden naam kann man daigemann 8 stunden ich schlafen wir kommen sie zur arbeit kommen sie mit der oberen kommen kommen ja nein ich fahre ich fahre mit dem auton genau ich fahre mit dem auton genau ich fahre mit dem auton genau und ihr kinder wie fahrt ihr hier lassen wir in der lasse nassel kann ihnen und ihr kinder wie fahrt ihr ok ich fahre immer mit dem fahrt ja ich fahre mit dem büsch genau ich fahre immer mit dem büsch ich fahre mit dem kreuz ich fahre mit dem kreuz aber ich fahre mit dem kreuz ich fahre mit dem kreuz genau aber es ist die liliana oder iliana Dann geben wir auf die Frage 3. Hat jemand Fragen? Nein. Keine Frage. Claudia ist Fakt. Jungen Claudia ergänzen Sie die Verben. Jetzt fangen wir mit Frau Menor an. Claudia. Claudia steht immer um 6 Uhr auf um 7 Uhr. Essen Sie mit ihrer Familie? Frau Stuck, Frühstück und Liste. Was heißt das? Essen Sie oder isst Sie? Ist. Ist. Okay. Es ist sie mit ihrer Familie. Claudia ist immer wieder auf die 6 Uhr. Und auf die 7 Uhr mit ihrer Familie. Mit der Familie, der Frühstück und der Frühstück. Jetzt Herr Ahmet und? Und liest Zeitung. Und liest. Genau. Und liest die Zeitung. Zeitung. Jaman, Dimitri und sie fährt mit dem Auto in die Stadt. Jaman, Dimitri und sie fährt mit dem Auto in die Stadt. Jaman, Dimitri und sie fährt mit dem Auto in die Stadt. Jetzt Frau Handa, da kaufen wir zusammen ein und Dimitri tragen. Und Dimitri trägt alles ins Auto. Und Dimitri trägt alles ins Auto. In das Auto. Super. Jetzt Claudia. Claudia läuft. Noch ein. Claudia läuft. 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 Dann will er auch los. Noch ein. Noch ein. Bis. Chenn. Kalilans. Durch. Die Stadt. Durch. Durch. Die Stadt. Und hafft an der Städte. Möken. Du kommst mir noch. Ja. Ne, ich habe das Wort. Der Städte. Und Dimitri. fährt zur Arbeit, genau. Claudia hat noch ein bisschen durch die Stadt Abra al-Medina und Dimitri fährt zur Arbeit. Jetzt ist er noch mal dran. Frau Rukia. Um elf Uhr nimmt Claudia den Bus zurück nach Hause zur Hauze. Okay. Die Hauze wird Klaudia zur Hauze. Ja. Super, genau. Jetzt Frau Möner zur Hauze. Zuhause Zuhause wascht sie auf einem Schäferesmensch Zuhause wascht sie wasche und zuhause Zuhause wäscher und hilft ihrer Mutter Jetzt Herr Herr Am Nachmittag gibt Claudia Deutsch Unterricht und sie spricht nur Deutsch mit den Schülern Sie spricht nur Deutsch Die Schülern Die Schülern Okay Liest oder lesen? Die Schülern Nein Die lesen Die Schülern Texte Okay Und 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 sehen manchmal einen Film Claudia Und Die Schülern Die Schülern und sehen manchmal einen Film und und Claudia sieht auch gerne Filme Die Schülern Und die Schülern Okay Jetzt gehen wir zu Aufgabe vier Die Schülern Die Schülern Die Schülern Die Schülern Die Schülern Nein Auf Deutsch Auf Deutsch Wie bitte? Auf Deutsch Auf Deutsch Ich sage Ich sage Was bedeutet Auf Deutsch Auf Deutsch Ja Man kann sagen Lärm 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 Äh Gleich Wohl Gleich was? Nein Wohl 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 bottle Welcome Glückw ilk Was? B Io Denn ид Bitte dann w quality V board Aufgabe vier Po kal oder nicht Frau Huna, hier schauen wir, ob der Verb sich ändert oder nicht. Leben. Bei wem sind wir jetzt gerade? Frau Rohut. Lebt. Genau, er lebt. Genau. Kaufen, Frau Rokia. Ihr kauft. Genau, er kauft. Machen, Frau Mönner. Ihr macht. Er macht, super. Lesen, Herr Ahmed. Er liest. Er liest, super. Gehen, Frau Mayar. Nein. Frau Handa. Er ist, er hat mich gesagt, Mayar, deswegen habe ich gesagt, Mayar. Ja, gut. Ich habe gesagt, ich habe die Telefon auf 1.5. Ja, gut. Und ich habe in der ersten Zeit nicht gehört, deswegen habe ich gesagt, dass ich mich nicht beschäftigt habe. Ja, gut. Ihr habt ihr? Gehen, ja. Ergist. Er geht Du gehst Du gehst, er geht Waschen Frau Umhut Waschen Er wäscht Laufen Frau Rukia Läuft Genau, er läuft Super Geben Frau Menar Er gibt Super Herr Ahmet, verstehen Er versteht Er versteht Nansur, wenn wir uns in Nuhal haben, die fünf Aufgabe Eine Einladung Ergänzen Sie die Verben Wenn Sie gefallen Mitnehmen Einladen Ankommen Laufen Besichtigen Zurückfahren Schlafen Liebe Elke Ich lade dich Zu meinem Geburtstag ein A-Di-Hu-Ka L-Jawm-Miladi Wenn Sie sagen L-Jawm-Milad Wenn Sie sagen L-Jawm-Milad M-Maschie Jetzt Ist wer dran Frau Handa Glaube ich Ja Die Party Ist Am Neun Nein Halb 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 Zehn Abends Das ist ein Datum Neunter Dritter Ja Am Neunter Dritter Neunter Dritter Abends bei uns im Amelias Okay Ich habe Eine Idee Idee Okay Du Du Kommen Nein Das ist Okay Du Kommst Du Kommst Erst Zuntag An Genau An Die Party Ist am Dritt Neun Hier Tess Sera Mes Abends Bei uns im Amelias Eindern Fie Al Makan Al Läzzy Ismuh Amelias Ich habe Eine Idee Läzzy Fikra Täti Erst Am Zuntag Already Jum Läحد Und Frau Uhud Amelias Mokin Tad Jum Tani Mustach Amelias 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 Lieb Alka An Yujad Klaudia Alta Tursil Alka Ressala Amelias Alka Amelias 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 Klamet Klamet Furt Schatz Amelias Amelias Gifalen Yujib Mit Nehmen Yachuz Mahu Einladen Yadu' An Kommen Yasil Laufen Yemshi Besichtigen Yasur Zurückfahren Yerja Und Schlafen Yenam Yerja 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 Ja, gut. Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Ich lade dich zu meinem Geburtstag. Du schläfst eine Nacht bei uns. Du nimmst am besten bequeme Schuhe mit. Du schläfst eine Nacht bei uns. Du schläfst eine Nacht bei uns. Du schläfst eine Nacht bei uns. Alhamdulillah. Du schläfst eine Nacht bei uns. Du schläfst eine Nacht bei uns. Du schläfst eine Nacht bei uns.